Hallo Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich bin's, euer Schäppi. Ihr kennt mich ja mittlerweile bestens und wenn nicht, Instagram abchecken. Ich werde nach wie vor versuchen, auf jede noch so witzige oder blöde Frage zu antworten. Ein paar von euch haben wirklich nette Sachen dahin geschrieben, ein paar von euch haben wirklich interessante Fragen gestellt. Vielleicht machen wir irgendwann in der Zukunft noch ein FAQ. Ihr könnt mir eine Stunde Fragen stellen. Wir machen uns das gemütlich beim Käffchen, beim Bierchen, je nachdem, was ihr gerne haben wollt. Ist ja eigentlich völlig egal. Auf jeden Fall geht es heute nicht um Fragen oder sonstiges, sondern um ein sehr, sehr witziges Gameplay. Und ich hoffe, es gefällt euch genauso wie mir. Hinter mir kommt gerade mein Hund und macht es sich gemütlich. Lassen wir einfach mal drin und schneiden wir nicht raus. Passiert nun mal. Ist gemütlich, Hund? Anscheinend. Ich habe ein VMP-Gameplay für euch mit den schlimmsten Aufsätzen, die man sich vorstellen kann. Mit Live-Reaction dazu. Wirklich sowas von witzig und unterhaltsam. Ich hatte richtig viel Spaß in dem Stream. Ich wollte es euch nicht vorenthalten. Ich habe es wieder rausgekramt. Also Leute, checkt das Video gerne ab. Wir sehen uns morgen im Stream. Ihr könnt morgen im Stream nicht. Dann gucken wir doch kurz mal auf den Streamplan, wann es vielleicht sonst für euch passt. Da war der Streamplan. Ha, das funktioniert ja alles super heute. Also Leute, wir werden auf jeden Fall die ganze Woche genug Zeit haben. Wir werden ein paar schöne Sachen neu erspielen. Wir werden über das neue Turnier reden. Jetzt am Sonntag wird ein 4 gegen 4 Turnier sein. Das, was ihr euch alle gewünscht habt. Ich werde gucken, wie es mit dem Praise Clan, den könnt ihr auch gerne abonnieren. Ist in der Videobeschreibung drin. Zusammen streamen so, dass wir jedes Spiel möglichst streamen können. Was natürlich super wäre für die, die gerne zuschauen. Ihr kriegt alle nötigen Infos noch dazu im morgigen Tag im Stream. Und dazu gibt es noch ein separates Video. Ihr werdet es dann sehen. Also Leute, gerne Like und Abo da lassen, wenn ihr noch nicht habt. Macht euch einen schönen Tag. Genießt das Gameplay. Es ist wirklich witzig. Und haut rein. VMP, Barix 3, langer Laufenggriff und Lasermarkierer. Lasermarkierer, Griff und Schalldämpfer. Wisst ihr was? Wir machen nur Dings. Was? Nur Aufsätze. Nichts anderes. Ja, moin. Okay. So. Ich mach erstmal Klasse nur mit Aussätzen, wie es wir das Rollstuhl spielen. Ja, stimmt. Ihr müsst noch einen Zweck lassen. Ich hab Vollmantel, langer Lauf, Schalldämpfer, Griff, Lasermarkierer und Warix. Hab ich auch. Das wird böse. Die ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Damit hab ich meine Abschlusskette gemacht. Jo Max, wenn du Coins sehen möchtest mit Ausrufezeichen vorher. Das wird blamabel, peinlich und schlimm. Vielleicht sagt sie ja, wenn sie Feierabend hat. Feierabend hat. Gleichzeitig. Ne, das tun die drei. Das ist heute eine richtige Mobber-Party. Oh ja, heute ist richtig schlimm. Leute, mein Visier ist größer als meine Waffe. Alter Schwede. Ob ich schlecht mich bewegen kann? Oh mein Gott, bin ich schlecht. Müssen wir draußen, habt ihr keinen Recoi. Alles klar? Ja. Hat mir mal... Hab mit der Waffe... Ja, hab ich. Ja, hab mit der Waffe keinen Recoi. Das ist so lustig. Schade. Ich hab... Hallo Kirill. Ich hab ein fucking Triple mit dieser VMP gemacht. Ich hab alles erreicht. Oh mein Gott. Luki ist fast genauso gut wie ich. Na, nur dass ich mehr Kill habe. Alles klar. Jeder macht ja irgendwie Triple Feeds mit der Waffe. Ich schieße auch ohne zu... ich schieße einfach nur aus der hüfte reicht vollkommen aus ich muss sagen ich habe damals als mein vp voll gespielt habe und genau der gleichen klasse gespielt habe mit der einfachen abschlusskette gemacht ich habe einen hater ich bin der beste spieler mit dieser waffe alle beide geklaut diese waffe hat über munition oder so ich spiele jetzt immer ich glaube man hätte mit der waffe gemacht hier wird wird schon mit dieser wache so rum und der gegner sucht und so schwitzen du meinst den hier macht man keine kills mehr bitte macht keine kills mehr niemand macht mehr kills keine kills mehr ich glaube von mir vorbei ich glaube jetzt hinterher nein keine kills mehr keine mehr keine mehr wie gehts krusti krusti schmeiß mich nicht runter das ist die krabbe die war noch viel fokussiert hast du sie nein wie fehlt muni guck mal wie schön die ist und nachgiebig ich brauche muni jungs das hat eine read angeschossen ganz spannendes gameplay würde ich mal sagen oh mein gott mach keinen scheiß mehr ich ess gerade also alles ok mach keinen scheiß mehr jungs mach keinen scheiß mehr ich sterb die ganze zeit man 5 vor 5 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 6